Wir wissen, dass eine Substanz, die im flüssigen Zustand ist, hat genügend Energie, dass die Moleküle sich aneinander vorbei bewegen können, aber nicht genügend Energie, damit die Moleküle sich komplett weg bewegen können. Wir haben also hier ein paar Moleküle, bewegen sich hier und die drunter, bewegen sich ein bisschen weniger. Deswegen haben wir hier diesen Fluss hin und her, aber es gibt immer noch Bindungen zwischen den Molekülen, aber sie bleiben letztendlich beieinander. Sie wollen in der Nähe bleiben. Wenn du jetzt die durchschnittliche kinetische Energie erhöhst und wenn wir dann die Fusionshitze oder die Verdampfungsgrad überschreiten, dann fängt diese Substanz an, sich in den Gaszustand hinein zu bewegen. Und da ist es ja so, dass die Moleküle sich frei bewegen. Sie nehmen dann auch den Raum des Gefäßes an. Und wichtig ist nochmal, dass ihr euch erinnert, dass die Temperatur der durchschnittlichen kinetischen Energie entspricht. Das bedeutet auch, dass nicht alle Moleküle die gleiche kinetische Energie haben und es ist beispielsweise so, der hier unten hat, der hier oben hat ein bisschen mehr und entflieht dann und der hier unten hat ein bisschen weniger und der hat sehr viel, der hat wieder wenig und letztendlich hast du eine ganz, ganz verrückte Verteilung von mehr oder weniger kinetischer Energie in allen Richtungen. Und wir wissen, dass die, die ganz oben sind, haben die meiste kinetische Energie. Sagen wir es mal so, die hier oben haben zumindest die beste Gelegenheit, eben dieser Flüssigkeit zu entkommen. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal so die kinetische Energie auftrage, die kinetische Energie in der X-Achse, KE steht für kinetische Energie und auf der Y-Achse ist sozusagen die Häufigkeit und gibt es also eine durchschnittliche kinetische Energie, das ist beispielsweise diese hier mit der gestrichelten Linie und die kinetische Energie wird eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung hier außenrum entsprechen und zwar ist das eine Bell-Kurve. Da kannst du dir mal die Statistik-Videos anschauen, da lernst du dann mehr über diese bellische Verteilung, über diese Glockenkurve, über die Normalverteilung und zu einem bestimmten Zeitpunkt wird es dann einfach so sein, dass ein bestimmter Anteil von Molekülen eine ganz geringe kinetische Energie hat und du hast dann andere, die haben eine sehr, sehr hohe kinetische Energie. Und das ist eben eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und letztendlich sind diejenigen, die eine höhere Energie haben, eine höhere Geschwindigkeit. Und wenn es jetzt so ist, dass das Moleküle gibt, die eine der kinetischen Energie hoch genug ist, dann gelingt es ihnen eben dieser Flüssigkeit zu entkommen. Nehmen wir mal an, es sind diese hier, die rechts von dieser gestrichelten Linie sind, dann entkommen die. Und es ist eben auch wichtig, wo die sind. Wenn jetzt einer weiter unten ist, dann kommt er hier nicht durch. Und die interessantesten, die wichtigen Moleküle, das sind diejenigen, die an der Oberfläche sind, weil die sind sozusagen an der frischen Außenseite und dort ist also eine geringere Dichte und das sind diejenigen, die am ehesten entkommen können. Und zwar in die Luft oberhalb der Flüssigkeit. Zu einem beliebigen Zeitpunkt gibt es also immer einen bestimmten Prozentsatz von Molekülen, die einfach entkommen kommen. Und da denkst du dir jetzt vielleicht, was passiert denn jetzt mit denen? Können die zu einem Gas werden? Ja, genau so ist es. Die können hier der Flüssigkeit entkommen und verdampfen. Und entkommen. Und das ist ein Konzept, was du sehr gut kennst. Das ist einfach eine Verdampfung. Und zwar passiert das auch eben unterhalb der Verdampfungshitze. Und das kennst du vielleicht im Alltag, wenn du jetzt einfach mal einen Topf Wasser rausstellst und dann wirst du sehen, dass das Wasser einfach verdampft, obwohl es eben draußen vielleicht nur 20 Grad hat. Dann passiert eben genau das, dass so Moleküle auf der Oberseite entkommen und die entkommen dann in die Luft hinaus und dann kommt der Wind und dann bläst du die weg und dann kommt der Wind wieder und bläst sie weg und bläst sie wieder weg, bläst sie wieder weg und letztendlich ist es so, dass dein ganzes Wasser dann verdampft ist. Und die Frage ist, was passiert jetzt in einem geschlossenen System, wenn der Wind also nicht bläst, wenn das also oben nicht offen ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Passiert dort auch eine Verdampfung, wenn der Wind nicht bläst, wenn das Gefäß geschlossen ist. Moment. Zeichnen wir also mal einen geschlossenen System und dort haben wir jetzt wieder unsere Flüssigkeit hier drin. Zeichne ich mal als blaue Kreise wieder und dann hast du eben einen gewissen Luftdruck, und zwar den atmosphärischen Druck normalerweise. Die Luft hat ja auch eine bestimmte kinetische Energie, weil du weißt, es ist Luft und es hat eine bestimmte Temperatur. Und jetzt wird wieder das passieren, was wir oben gesehen haben, dass einige von den Wassermolekülen, also wenn wir Wasserflüssigkeit nehmen, es ihnen gelingt, quasi in die Luft zu entweichen. Und jetzt passiert hier was Interessantes. Und ich habe ja euch ja dir gesagt, dass hier oben ist die Verteilung im Flüssigen. Es gibt genauso eine Verteilung im gasförmigen Zustand. Also das Gleiche passiert letztendlich da oben. Und jetzt habe ich hier oben beispielsweise ein Wassermolekül, das stößt dann gegen Luftmoleküle. Jetzt kann Folgendes passieren, es kann einfach wieder hier runtergedrückt werden. Und es kann also sein, dass wieder Moleküle aus dem gasförmigen Zustand in den flüssigen Zustand zurückfallen. Und deswegen kannst du dir das so vorstellen, es gibt bei Wasser immer ein Stück Verdampfung, aber es gibt auch immer wieder ein Stück Kondensation. Und warum? Weil der Dampf überhaupt im Wasser auch wieder Energie verliert. Und dann gehen einige von den Molekülen im Gas gehen wieder, verlieren Energie und gehen wieder zurück in den flüssigen Zustand. Und umgekehrt passiert das Gleiche immer wieder. Und beides passiert eben die ganze Zeit, Verdampfung und Kondensation. Und irgendwann kriegst du einfach einen Gleichgewichtszustand. Und jetzt kommt ein wichtiges Konzept. Jetzt ist es ja so, dass die Wassermoleküle, die verdampft sind, auch einen gewissen Druck erzeugen. Und das nennen wir eben den Dampfdruck. Und der Dampfdruck ist letztendlich der Druck, der erzeugt wird bei einer bestimmten Temperatur für ein bestimmtes Molekül. Also der Gasdruck ist für eine bestimmte Temperatur und für ein bestimmtes Molekül. Und wichtig ist eben, dass verschiedene Moleküle verschiedene Dampfdrucke haben. Und wichtig ist es, dass du verstehst, dass die dampfförmigen Moleküle, die gasförmigen Moleküle einen Druck eben erzeugen. Und dieser Dampfdruck steht im Gleichgewicht zu dem Druck, den ich in der Flüssigkeit eben habe, durch die kinetische Energie. Und das Ganze ist eben temperaturabhängig. Wenn du dir das Ganze jetzt bei 100 Grad vorstellst, dann habe ich hier eben einen höheren Dampfdruck. Und das Ganze wird sich natürlich auch auf die Flüssigkeit auswirken. Und du kannst dir das jetzt eben auch als Dichte vorstellen. Und jetzt ist es so, dass bei einem hohen Dampfdruck hast du eben auch mehr Moleküle, die wieder in die Flüssigkeit zurückgehen und auch wieder mehr, die nach oben gehen. Und jetzt kommt ein wichtiges Konzept. Flüssigkeiten wollen eben normalerweise verdampfen. Warum wollen die verdampfen? Warum? Es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz von Molekülen in der Flüssigkeit, die eine hohe kinetische Energie haben. Und wenn sie dann niedrige intramolekulare Kräfte haben, und das hängt ja wieder davon ab, welche Moleküle ich habe, beispielsweise die Edelgase haben sehr, sehr niedrige intramolekulare Kräfte. Und die Edelgase haben beispielsweise ganz, ganz niedrige, eigentlich bis gar keine intramolekularen Kräfte. Die verdampfen dann. Und dann ist es natürlich auch so, dass leichte Moleküle, dass die gerne verdampfen. Und es kann natürlich sein, wenn du eine hohe Masse, wenn du jetzt nimmst, du hast ein schweres Molekül, die brauchen eine viel, viel höhere kinetische Energie als ein leichtes Molekül, um letztendlich zu verdampfen. Und da siehst du eben, zum Verdampfen brauchst du eben verschiedene Parameter, die da eben eine Rolle spielen. Beispielsweise nehmen wir mal an, wir haben hier Wasser und wir brauchen hier wesentlich mehr Moleküle, bis wir einen Gleichgewichtszustand haben, als beispielsweise bei einem anderen Gas. und wenn ich ein anderes, eine andere Substanz hernehme, beispielsweise Alkohol, dieser hat einen hohen Gasdruck, weil der beispielsweise viel, viel leichter als Wasser. Anderes Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe ein schweres Molekül und dann habe ich einen niedrigen Gasdruck. Was hat beispielsweise einen niedrigen Gasdruck? Beispielsweise Eisen. Eisen hat einen extrem niedrigen Gasdruck. Warum? Es ist ein ganz, ganz, ganz schweres Molekül und jetzt ist es, oder ein anderes Beispiel, Kohlendioxid ist ein leichtes Molekül, dort habe ich einen relativ hohen, hohen Gasdruck. Ich denke mir, du hast das schon verstanden und jetzt ist es eben so, ein Gas, was einen hohen Gasdruck hat, ist, möchte unbedingt verdampfen und dort, das nennen wir auch hohe Volatilität. Hohe Volatilität oder das nennt man auch hohe Flüchtigkeit. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Benzin hat einen höheren Gasdruck als Wasser, ist volatiler als Wasser. bei der gleichen Temperatur. Bei dem gleichen atmosphärischen Druck wird beispielsweise von Benzin werden, wird mehr Benzin verdampfen und erzeugt damit einen höheren Dampfdruck. Warum? Weil ich einfach mehr Moleküle habe, die vom flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand möchten. Und ich denke, das habt ihr jetzt verstanden. Jetzt kommt noch was Wichtiges. Was passiert, wenn der Gasdruck dem atmosphärischen Druck entsteht? Jetzt normalerweise, wenn der Druck noch mal geringer ist, ist es ja so, dass der Gasdruck, der atmosphärische Druck, diese Gasmoleküle hier drin halten wird. Und dann bleibt das erst mal so. Und wenn der Gasdruck von den Molekülen geringer ist, wird er durch den Gasdruck der Atmosphäre eine Art in Schach gehalten. Und jetzt ist es so, irgendwann wird sich das Ganze natürlich vermischen. Und irgendwann, wenn der Gasdruck in der Atmosphäre gleich dem Gasdruck von dem Molekül ist, was passiert dann? Dann können eben diese Moleküle ganz, ganz einfach entkommen. und dann entweichen die und dann hast du da unten sozusagen einen negativen Druck. Hier unten fehlen, hier fehlen die Moleküle dann. Und dann geht es eben so, dass mehrflüssige Moleküle da unten wieder entweichen. Und das entspricht dann dem Siedepunkt der Substanz. Und jetzt zeige ich dir das noch mal in der Grafik. Das ist die Kurve für den Gasdruck für Wasser. Das ist also H2O. H2O. Und jetzt siehst du hier bei 760 Tore. Bei 760 Tore. Das entspricht einer Atmosphäre. Tore ist ja nichts anders als eine Druckangabe. Und jetzt zeichne ich mal diese gepünkelte Linie da. Bei 100 Grad Celsius ist der Gasdruck 760 Tore. Bei 100 Grad Celsius habe ich einen Gasdruck von 760 Tore. Und das entspricht genau dem atmosphärischen Druck von einer Atmosphäre, also auf Meereshöhe. Der Gasdruck VP ist gleich der atmosphärische Druck bei auf Meereshöhe. Und da siehst du das noch mal. Wenn ich jetzt also eine niedrigere Temperatur habe, beispielsweise 80 Grad Celsius, und da sehe ich, dass der Gasdruck wesentlich niedriger ist. Der ist so bei 360. Was passiert also, wenn ich den atmosphärischen Druck genügend senke? Und was passiert dann? Dann wirst du insgesamt weniger Dampfdruck haben. Und beziehungsweise du kannst eine Substanz dann bei einer niedrigeren Temperatur letztendlich zum Kochen bringen. Und das hatten wir ja auch schon mal. Hier ist noch mal eine andere Kurve. Das ist ja interessant. Das ist übrigens eine Exponentialkurve. Das siehst du eben. Der Gasdruck steigt exponential an. Warum? Wie kann man sich das erklären? Das liegt daran, weil es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Nehmen wir mal an, ich habe hier eine höhere Temperatur. Diese hier, das ist diese blaue. Und jetzt hast du eben viel, 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 viel mehr Partikel, die entkommen können. Und es ist eben nicht linear, sondern es ist eben exponentiell. Das ist ein exponentieller Anstieg vom Gasdruck. Und jetzt zeige ich dir diese Kurve. Und dann denkst du dir wieder, hey, wo ist der exponentielle Anstieg? Gibt es nicht. Das ist nämlich eine logarithmische Einteilung. Und da kriege ich also ganz wieder einen linearen Zusammenhang, weil ich die Y-Achse ist eben exponential. Und jetzt zeige ich dir hier Propan. das ist die Lila-Kurve und bei 20 Grad Celsius, bei 20 Grad Celsius, das ist die blaue Linie, hat Propan den höchsten Gasdruck. Das ist bei einem Atmos, Propan hat hier vielleicht ja 8. Und was passiert dann also? Propan wird kochen bei Raumtemperatur. Warum? Weil sein Gasdruck so viel höher als der atmosphärische Druck ist. Nehmen wir zum Beispiel Methylchlorid, das ist dann ein bisschen weniger, wird immer noch verdampfen bei Raumtemperatur, wird immer noch in den gasförmigen Zustand entkommen. Und denn der Gasdruck ist immer noch höher als der atmosphärische Methylchlorid. Und die auf Meereshöhe wäre jetzt quasi das hier. Wenn du jetzt eine Substanz, nehmen wir mal an, nehmen wir Methylchlorid, wenn du das in einem flüssigen Zustand halten willst und oder eben im Gleichgewichtszustand und dann kannst du es eben nur machen bei ungefähr 25 Grad Celsius. Und da ist eben ein anderes, Propan ist es immer noch flüssig. Und nehmen wir mal beispielsweise Butan, nehmen wir Butan. Und zwar das ist das Gas, was in dem Gasfeuerzeug drin ist. Das ist hier diese grüne Kurve. Das ist bei 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 0 Grad ist es im flüssigen Zustand und wahrscheinlich ist es so, dass die den Druck da drin erhöhen und deswegen ist es weiterhin flüssig. Wahrscheinlich ist der Druck in so einem Gasfeuerzeug bei ungefähr zwei Atmosphären und deswegen ist innen eben diese kleine Flüssigkeit drin. Und diese Grafik ist eigentlich ganz interessant, wenn du da mal drauf hinschaust und das kann dir eben zeigen, was bei verschiedenen Temperaturen, bei verschiedenen Substanzen letztendlich passiert und du siehst eben, welche Substanzen am volatilsten letztendlich sind und welche eben bei erst bei höheren Temperaturen des Kochen anfangen. Ich hoffe, du fandest es interessant. Wir sehen uns im nächsten Video dann wieder.